eine winterschölle guten tag meine liebe offen kommst du mein neues video von mir und im jahr wie sie können also ich bin gerade heute bei papalazzi da denn heute ist der montag und hoffentlich habe ja ein schönes wocheide gehabt und ein schönes dritter in welt gehabt in die neue woche und wir starten jetzt das neue spiel matris erwähnt das heißt aber es wird der game awards 2021 nämlich angekündigt nämlich ab donnerstag oder freitag war es und mit der nachfahrt ist und das spiel ist nur für die plästig und die neue xbox xx raus also nicht für der ipad 64 auch nicht für die xbox war es natürlich nicht draußen aber wenn ihr das ich habe einen pc zu holen oder wenn er pc schrift habt dann können das können natürlich das spiel holen es wird natürlich auch natürlich auch wie die grafik das spieler aussehen wie gta 6 oder andere spieler die zukunft aussehen wird mit angehen für diese grafik sieht so realistisch aus aber zu bestimmen so cool sein wird und da ist für ein paar bekanntere sichter auszahlen 2077 soll es geben und es beginnt das spiel los hoffentlich viel spaß damit und wenn du neuer fahrer kanal bist dann abonniere kanal war es auch verpasst keine videos von mir um das thema gta 6 los geht ja auch nicht mehr und dann ziehen wir es dann hoffentlich irgendwann bis bald wieder und wahrscheinlich auch bis zum nächsten video und dann hoffe ich habe noch dieses jahr oder wahrscheinlich ist ja die 500 abonniere als die 500 abonniere werde ich mich sehr sehr mich freuen und ja da lasst du loslegen so untertitel ja hier ist an jetzt aus ist ein ok ist aus zu dir an untertitel macht ja an so untertitel machen wir natürlich an was das weil das auf englisch ist damit ihr quasi auf deutsch übersetzt natürlich auch und da das kann es durstigen hier ist an hier ist aus ja hier ist an und los geht es noch ein gott bis auf geht es geht es endlich wie gta sein und jetzt kann es loslegen aus und an so los geht es betreten oh mein gott geht es los der matrix das ist das ist das ist das ist das ist Reflecting back who and what we are and the choices we make, the worlds we build, they also confront us with questions, about why we want to choose this or that, why we want to make X instead of Y, where do ideas of who we are and what we want even come from? Oh my god. Oh my god. Oh my god. That's it. That's the Sony character from Cyberpunk 2077. It looks realistic. Oh my god. Hm. 20 years ago we asked ourselves how long it would be before faces and bodies could be changed as easily as we change clothes. We would wonder now what would identity mean in a completely digital world? And what would reality mean? What would reality mean? When the world we can build, feels as real as we are and are out. Wow. 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 That's brave, isn't it? Now you can see what is the wave? Oh my God. Oh Waaat? Okay, das war gut, das war gut! Ey, das sieht so ganz lustig aus, ey, wie geil! Ey, wie geil sieht das das denn aus! Awww! Oha! Sorry, boys! Oha! Hang on, hang on! Oha! 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 Oha, du Scheiße! Oha! 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 Boah, ey, das sieht gar nicht aus wie Kitschie aus. Boah! 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 André Encher Film! Oh mein Gott, ey! Ich weiß gar nicht, in welcher Stadt das Spiel ist, aber es könnte natürlich New York sein. Aber wer weiß, wer weiß zwar noch nicht. Aber wir wissen zwar noch nicht, ob diese Stadt New York ist, aber ja. Boah! 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 Hier ist ein Tag. Hier ist das. Boah! Sieht aus wie geil aus, ey. Hier ist Tag. Boah! 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 So, da sind wir. So, da sind wir. Da kann man nur einfach nur... Ich komme das zu Kalle. Boah! Ist so geil aus, ne? Und dann kann man natürlich auch hier natürlich nur noch Auto fahren und mehr nicht. machen und dann ja. Und dann sehen wir uns dann erst hoffentlich... und dann sehen wir uns dann hoffentlich bis nächstes video wahrscheinlichkeit bis morgen und ich wünsche euch noch einen schönen nachmittag da schön aber der schild gute nach tags mittags morgens wie auch immer auf heißt das video zieht und dann sehen wir uns dann bis zum nächsten video macht's gut und schütz ihr lieben